Musik Viele Menschen haben, im übertragenen Sinne, den Blues. Psychische Erkrankungen sind auch und gerade in der Arbeitswelt auf dem Vormarsch. Sie verursachen 2,7 Millionen Krankenstandstage pro Jahr und sind inzwischen die häufigste Ursache für Invaliditätspensionen. Dabei ist der Faktor Arbeit ein entscheidender. Viele Menschen, die psychisch krank sind, stellen auch an erster Stelle wieder arbeiten zu wollen, weil sich für sie dadurch eigentlich mehr die Normalisierung noch ergibt, weil unsere Gesellschaft sowieso generell sehr ausgrenzend ist und Arbeit einfach einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft hat und das einmal als erster Schritt ist zu sagen, aber ich arbeite auch. Diesen Menschen kann in sehr vielen Fällen geholfen werden. Promete Steiermark hat hier in Hartberg und zwar eine Maßnahme, die nennt sich arbeitsrelevante Kompetenzförderung. Es ist eine Rehabilitationsmaßnahme, wo Menschen und zwar nach psychischen Krisen oder psychischen Problemen arbeiten können, um wieder Einstieg ins Arbeitsleben zu erlangen. Das Wichtige ist dabei, dass die Menschen, die bei uns herkommen und arbeiten wollen und wieder in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden wollen, das wirklich ruhig angehen können. Dass man sieht, wo die Stärken sind, dass man die Stärken fördert und den betreffenden Usern von uns und Teilnehmern hat gesagt, sie haben Stärken und nicht auf die Schwächen hinweist. Es ist ja schon zeitenweise anstrengend, es ist aber sicher, also ich bin froh, dass ich drinnen bin, weil es ist sicher bei Weitem besser, als daheim sitzen und nichts tun. Und ja, man kommt halt wieder so, man hat einen geregelten Arbeitstag und ist schön. Beim Herbstfest von Promente konnten die Früchte dieser Arbeit bestaunt werden. Produkte aus der Gärtnerei, der Tischlerei, dem Entrümpelungsdienst mit der zugehörigen Flohmarkt und der hauseigenen Gastronomie wurden präsentiert. Die Bemühungen von Promente sind sehr oft von Erfolg gekrönt. Und das sieht man auch am Arbeitsmarkt. Wir können durch diese Dienstleistung, durch diese Maßnahmen den Menschen eine Hilfestellung bieten, wieder in den ersten Arbeitsmarkt hineinzukommen und dort wieder erfolgreich Fuß zu fassen. Das heißt, Promente wirkt. Promente wirkt, so ist es. Der Herbst ist der Frühling des Winters. Das Motto dieses Fests könnte auch eine Lebenseinstellung sein. Das Motto dieses Fests könnte auch eine Lebenseinstellung sein.